genau raus aus der Essenskiste ich will jetzt die Bären haben die Bären sind oben mit drin ja wenn du auch drin rumdümpelst kann ich da nicht rein ich dümpel da nicht drin rum du mit deinem rumdümpeln oh nein wie viel von den Bürsten konnte man nehmen ja wie viel sind noch drin ich schätze nicht 14 waren drin habe ich drinnen gelassen ja ich habe mir 3 rausgenommen jeder kann 4 oder 5 nehmen ok da habe ich nämlich jetzt aus Versehen zu viele genommen jetzt habe ich 14 insgesamt muss mich gleich erstmal noch ausräumen naja ich auch noch oh die scheiß Holzbalken hier an dem Kessel die gehen nicht auf den Sack genau gibt Widerstand oder ähnliches haben wir immer noch nicht gemacht gucken was mit dem fermentierten ist was ich reingetan habe ist das schon fertig ja ne oder? ne ist noch nicht fertig ich habe mir ne Ahnung wo ich jetzt Dings herkriege Himbeeren äh ich hätte noch 5 ne ne ich brauche mehr ja dann gehen wir in das Dorfportal da sind meistens welche ah jo 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 wo geht denn das Dorfportal hin? ne ins Dorf ins Dorf ne das ist so kleines Dorf was ich mal gefunden habe das war ja mein erstes Portal ja das ist nicht weit weg aber Frage ist welches ist das? Sumpf 2 oder der Uralte? ist ne da gibt es nicht eins was Dorf hat das was das erste war aber das haben wir umgeändert oder Patty? ne ne warte mal ähm Sumpf Nord gibt es auch noch das ist da wo wir immer Kupfer gefahren haben ach wir hatten das umgeändert in der Uralte ja das stimmt ne dann gibt es das leider nicht mehr kann man jetzt gerade jemand der nichts zu tun hat mal generell jetzt äh dass wir die Portale mal umbenennen weil die ich würd die auch gerne so nennen wie die Beschilderung da drüber aber da muss einer auf der anderen Seite sein das muss ich hätt ich letztes Mal immer laufen müssen kann ich dann gleich machen ich ich würd da blöder mal meine Taschen ausmachen ne Tuck dann geh ich immer auf die andere Seite dann fangen wir mal hier an mit wer ist das? der Uralte ne ich doch mal durch ey aber es ist egal das ist da wo der Uralte ne auf der Map unten links warte ich muss da kurz warten lol man sieht nicht ob der Map dahin fliegen ja ich weiß seh ich jetzt gerade noch nie aufgefahren also ich nimm das jetzt das heißt schon der Uralte das Portal auch? achso stimmt das heißt schon so ja ja ok kannst zurückkommen schissner du bist schon hier aber auf der Map fliegst du noch fliegst du schon hier vorm Portal das sieht aus ey also wenn du das nicht weißt dann denkst du ey was machst du denn alter geht das jetzt geh ich sumpf oder? das ist einfach nur sumpf genau da oben war ich nämlich zum Beispiel nur einmal das ist auch sinnvoller weil da ist direkt wirklich der Sumpf bei dem anderen ist ja eher der Kupferbär weil das riesen Loch gebuddelt haben genau das heißt Sumpf 2 dann nicht das wie? einfach nur Sumpf ok hab ich ich muss nur noch umbenennen hab ich ist auch schon verbunden ging aber schnell ja trocken liegen aber heute ja ich muss doch mal gucken wann es los geht und das Kupferberg oh halt doch kurz hängt das heißt das heißt Sumpfnort dann nenn ich das Kupferberg dann nenn ich das Kupferberg dann nenn ich das Kupferberg ok hab ich so jetzt musst du gucken wie du zurück kommst ich nenns du nicht um also dann geh ich ja noch wenns jetzt so wäre würde ich ja noch zu dem anderen gehen Kupferberg Boah jetzt liegt ja noch Eisen drin hier in dem Zumpf äh in der Hütte oben im Norden es sind zwar nur 16 aber kann ich eh nicht mitnehmen guck mal das coole ist wenn du im Portal haust bist komm mal hoch warte ja dann hier oben sollen ja die nächsten Portale stehen und da hab ich hier so die Wand gebaut das coole ist man kann hinter Wand lang laufen dann das ist wie so ein Wehrgang lässig wir haben ja mittlerweile schon wieder drei Ferkel hier rum springen eine Basis brauch ich nicht oder das passt ja das heißt Portalhaus wenn ich es warte mal warte mal ab man jetzt baue ich wo baue ich jetzt das neue hin für den Knochenwand äh ja bau das hier beim Steinmetzen den kann ich ja weg warte mal ich reiß den gerade ab ja stech den hier in der Mitte auf ja wärs nicht cool wenn wir die Portale für die Endgegner irgendwo separat stehen haben jetzt hat er sich so viel Mühe gegeben weiß mir ist es egal eigentlich ne ich mein ja wenn du eh noch wie eine zweite Etage einziehen willst können wir die Endgegner Dinger ja hochsetzen ich hab den jetzt Knochen genannt weil Knochen waren es geht nicht es ist zu lang achso den Portalnamen meinst du oder wir nennen den Kwanst KW Kawenzmänner Knochen ja das kann man ja später überlegen ob man die Portale für die Endgegner dann hochsetzt oder so ich würd's erstmal jetzt so der Reihenfolge wie wir es benutzen aufbauen dann hätten wir dann Platz für insgesamt 20 Stück und ich glaube da kommen wir erstmal weit unterwegs oder wir brauchen dann später mal irgendwie 10 Edelholz für ein Portal dann da ich hab jetzt nur noch 10 jo so wir gucken wir was mein fermentiertes Zeug gemacht hat ich weiß zwei Sachen die fermentiert werden müssen kann ich die jetzt einfach nachfüllen oder wie ne ich warte bis das eine rauskommt aber wie gesagt es dauert zwei Tage eins im Ding wir bauen noch einen ja oder wir gehen ins Bett wollte ich grad sagen aber es ist Tag also was Gift würde ich auf jeden Fall mitnehmen aber das andere kann man ja vielleicht würde jetzt nicht jedes Mett mitbringen was es gibt Mett Mettbrötchen Mettbrötchen also ich geh jetzt mal in Sumpf hoch ja warte ich helfe dir kurz ich komm mal mit was wolltest du da eigentlich guck mal ein bisschen nach Distillen gucken und so und ich im Sumpf ich hab halt das Ding noch nicht auf der Map ne das ist es wer ist weg du's Hobi ne Bin achso ok gut vor allem du Tobi wenn ich weg bin kann ich nicht anwarten ja aber du kannst sagen ne dann weiß ich du bist nicht weg ich seh es ja nicht stehst du ne wieso hast du nicht mehr eure Monitore so warte mal hier ist der Sumpf siehst der da in die Richtung und hier gibt's wenn die mit Bogen schießen musst du aufpassen die machen echt Schaden aber wenn die einmal geschossen haben hat man relativ viel Zeit die anzugreifen und die Skelette gehen noch aber die Draugr da musst du aufpassen die machen schon ein bisschen mehr Schaden jetzt wird's hier dunkel oder wie genau und du wolltest das Ding genau dann gucken wir mal warte ich ich glaube ich ich weiß in welcher Krypt da das Ding ist warte hä warte weißt du das warum soll ich das nicht wissen ihr habt das doch schon im Sumpf entdeckt ja das ist der einzige was wir haben das sind zwei Krypten die noch nicht geöffnet waren das sind die einzigen zwei und wer willst denn du wissen dass das jetzt da drin ist nein in welcher von denen die mir schon gemacht haben der Stein ist ach der Stein ich dachte du willst jetzt von diesen ähm Distelsamen nee schau Tobi wo bist du hier hier kommen jetzt diese Draugr und die sind stärker die normalen die gehen und guck mal wenn der rausschlägt da kannst du danach einfach hoch dann kannst du einfach abhauen da brauchst du keinen Pfeil im Bogen wenn der einmal ausholt dann hast du danach Zeit zack und dann kannst du alles aufhörigen aber wenn die Pfeile im Bogen haben dann musst du schon ein bisschen aufpacken also wenn du dich zwei dreimal trifft bist du tot aber du kannst eigentlich super leicht ausleiten warte mal jetzt schauen wir mal hier hinten wenn wir jetzt einfach mal hier lang gehen nehmen wir hier so lange dann kommen wir weiter hinten dann so ein bisschen Wiese und hier waren dann immer mal wieder Distel ist auch nicht so dass die im Sumpf jetzt vermehrt sind oder so ne ist nix was hast du keine Krypta mehr auf der Karte doch ich hab noch zwei aber die sind jetzt so weit weg da will ich jetzt nicht hin außerdem ohne Gift einfach ein Stückchen Richtung Norden da kommt gleich eine hier ist so eine links achso wir wollen erstmal nur das bei dir freischalten oder wie ja ja das wäre auch ganz sinnvoll das könnte sogar eine sein wo es drin ist ja die ist auf jeden Fall schon leer da dürfte nicht drin sein aber der Stein könnte drin sein naja klar zoomen wir mal an ob die wirklich leer ist ja die ist leer also was drin waren so Slime-Dinger die machen halt Gift und Draugas und dann halt viel Eisenschrott gab es hier wenn man abbauen konnte das nervige war halt dass der nicht durchs Partei ging ne hier war nur ne leere Truhe aber die Pilze eigentlich nehme ich immer alle Pilze weg ich glaube die wachsen echt nach ja ja ah jetzt habe ich doch hier Knochenwahn ja sehr oh der ist auch schon ja ist echt weit ja also es ist schon so drei Tage Morsch ich nehme ein Zelt mit ja und vor allem ein großes Schiff nehmen wir zwei Zelte mit und zwei Schiffe pfff gehen wir wieder raus oder? ja guck mal nach Tistel ich bin ja links dann raus da gibt es aber auch nichts irgendwie ne ich glaube am besten wachsen die wirklich im dunklen Wald leuchtet ich leuchtet da vorne das ist auch nichts ne uralter Baum kann man die eigentliche fällen ja wir haben auch schon zwei Stacks von den Rinden also die brauchen wir später noch für einige Sachen ja ich habe nur die Rinde bei raus ja 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 und normal ist halt so normal ja aber wie hier Jenny was hast du gesagt? zwei Stacks? was denn? wir haben davon sechs volle Stacks ja das ist das ist sauschwer ich will mal einen fällen jetzt achso das Zeug ist sauschwer ja das Zeug also ne dann brauche ich es nicht machen ich dachte das fällen wäre schwer aber dauert es weg von den Slime da vorne weil wenn der dich vergiftet dann ja ich habe das schon mal gerade so überlebt man kann ihn schon abschießen los nicht ja ich habe dann mal knapp über 20 Edelholz geformt echt ich brauche nur 10 aber ja es waren zwei Birken ich setz da mal kannst da eingehen vielleicht ist da irgendwie ein Trophäe oder sowas für dich wobei du hast wahrscheinlich schon mal alles genommen ja ja gut dann kommen wir ja zurück ich dachte hier wäre mehr Distill aber ich glaube es dunkle aber halt besser dafür ich glaube am Anfang wenn wir vom Süden ausgekommen wären da kommt am Anfang noch ein bisschen flachere Wiese da ist noch ein bisschen leichter glaube ich aber was du aufpassen musst hier gibt es auch so Feuerdinger und die rennen auf dich zu hier ist ein Glibbersack dran ja den kannst du kaputt machen dann kriegst du irgendwas blundegel blundegel nein hilfe nein nein Achtung hinter dir wer sich angreift zwar jetzt hinweg und dann können wir hier rechts lang dann oder sind na gut oder einer hat einen Pfeil im Bogen aber das passiert jetzt hier eine habe ich getötet aber wir waren jetzt hier die Hütte ja du gehst schon in die richtige Richtung die kommen da gleich die ist einfach wenn du auf der Karte richtest aber einfach Richtung Süden hier am Rand lang da kommt die dann da muss ich mir auf jeden Fall mal markieren ist einfach nur Richtung Süden und dann kommt dann irgendwann ein Grasland dann bist du ja schon da ja genau und wir machen wir gerade durch also ich ging es eigentlich relativ gut das Eisenfahren dass man so schnell an der Hütte war dann sind wir einmal mit dem Schiff hier hoch und haben alles abgeholt jetzt hat der Robin jetzt geschrieben was er hat ja wir sollen 5 Minuten bevor wir los machen Bescheid geben der ist immer da bist du wieder zurück oder Tobi oder ist hier noch was drin der ist auch noch ein Haufen Zeug drin ja alles klar nur Gelumpe oder du könntest ja mal mitnehmen dann spinn mal ganz kurz weg ich bin mal ganz kurz weg nehm ruhig alles außer Eisen warte mal so Eisen kann man nicht mitnehmen ja so ich mach mir gerade kurz nur einen Punkt auf der Karte ich will erst wieder zurück und lehre mich mal aus ja ich will erst mal den warte mal den will ich nicht nehmen warte mal den will ich nicht nehmen Ach, mach mal so ein Portal. Ach, mach mal so ein Portal.